Jetzt gehen wir wohin? Durch die Küche. Das ist dein Reich hier, ne Dieter? Während deine Freundin Nadel die Füße am Tisch hochlegt, geht Dieter immer Bier holen und kocht ein Süppchen. Nicht so schnell, nicht so schnell. Was haben wir hier? Was ist das hier? Sind das so Bräunungstabletten? Ne, das ist Magnesium, das ist gut gegen Herzinfarkt. Und das sind, da steht zwar Anabol drauf, aber das sind Vitamin-E-Tabletten. Weil ich mache jetzt ja im Moment so extrem Fitness, wie du hier vielleicht sehen kannst. Oh, ja. Und hier so brustmäßig und so. Anabol. Da muss man ein bisschen, Vitamin-E ist da drin. Alles klar. Gut, jetzt weiter geht's. Wo geht's weiter eigentlich? Nur hier. Ja. Das ist ja ein bisschen Geschichte hier in dem Haus drin, ne? Wie alt ist das Haus? Das Haus ist 100 Jahre alt. Das hast du auch noch zusammen mit deinem Vater gebaut früher. Und, also die Guldenbox wurden hier gedreht. Ja. Und, ähm, äh, bevor ich es gekauft habe, hat das so irgend so ein, weiß nicht, so ein Menschen gehört, der hat irgendwie so mit Waffen gehandelt. Ja, so. Hm. Gut, okay. Okay. Das ist also das Wohnzimmer. Bisschen, bisschen eng, ja. Für mich jetzt so. Aber, ähm, schon ganz okay. 150 Quadratmeter oder so. 150 Quadratmeter. Alles klar. So, das war's aus dem Wohnzimmer. Endstation Sehnsucht. Das ist jetzt auch wirklich erreicht. Na ja, und so geht das dann immer weiter. Dann sing doch mal dazu. Hör auf mit deinem Singen, das nervt mich jetzt. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you. Na, na, na. Was? Da waren aber leichte Intonationsfehler. Ja, deshalb ist das ja eine Demo. Ach so. Da klingelt gerade das Telefon. Bohlen, hallo. Hallo Thorsten. Ich bin Dieter. Ich bin Dieter. Na, na, das hört sich jetzt nur so an. Das hört sich nur so an. Ich hab heute Morgen hier, äh, Nadel hat mir da was gekocht und hat so komisch geschmeckt und irgendwie war da was drin, was an der Stimme, was kaputt macht. Da hast du dich aber wieder in super Positionen ablichten lassen. Wo war das hier zum Beispiel? Mallorca. Ah. Here I go again. Von Stuckabu die Nummer? Mm-mm. Von Dieter Bohlen die Nummer. Taxi Girl. Welches ist denn die neue Single? Leyla. Wie geht das? Kannst du das auch spielen? Nee. Also, äh, Leyla, da haben wir gerade ein super Video gedreht mit Rasa Radulica und ist bei euch jetzt auf der Playlist. Das finde ich ganz toll. Wie konnte das passieren? Ja, weil das super Leute gemacht haben und das Video ist wirklich exorbitant gut geworden, finde ich so. Exorbitant? Wo habt ihr es gedreht? Ähm, wie? Ich hab gehört, du kommst da kaum vor in dem Video. Das ist wahr. Vielleicht ist das der Grund. Du hast es also doch gesehen oder gehört? Nein, ich hab's nur gehört. Ja, es ist also wir, wir, wir. Wir sitzen jetzt in Dieter Bohlens Teehaus, ja, unterhalb der äh, 70 Millionen Villa. Ja, ein bisschen viel, ja. Zu welchen Anlässen setzt du die hier rein? Ja, wenn ich mal abschalten will und so, weil hier ist es sehr ruhig. Das, was man da hört, ist keine Toilette oder so, sondern nur der Wasserfall. Also hast du deine Abwässer denn auch direkt in deinen japanischen Teichen entsorgt, oder wie machst du das? Die werden so auf natürliche Art und Weise entsorgt. Aha. Und hier finden dann auch so die Frauengeschichten statt, so abends, wenn es dunkel ist? Nee, selten. Also ich lese hier ab und zu bei so Micky Maus und sowas. Ja, 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 ja. So, und welche Frauen durften hier schon alle Platz nehmen? Nur Nadel. Ach, nur Nadel? Ja, nur Nadel. In deiner Vergangenheit habe ich mitgekriegt, da soll es auch noch andere bisher der Öffentlichkeit völlig unbekannte Beziehungskissen gegeben haben. Ja, also ich hatte schon Frauen vor Nadel in meinem Leben. Ja, wer war denn zum Beispiel dabei? Vielleicht jemand, den man kennt, so, aus dem Showbusiness? Inge Meisel? Ja, Inge Meisel war das nicht. Also, na, ich war mal zum Beispiel mit Sabrina zusammen. Sabrina? Ja. Ah ja, da haben wir ja eben schon die Buchsbaumhecken gesehen, ja. Das war eine kurze Geschichte, war das eine kurze. Ohne Liebe so, rein sexuell war das. Na, sowas machst du? Ja, ja, klar. Ähm, äh, Brigitte Nielsen habe ich kurz anklingen gehört. Ist da was dran? Also, dass an Brigitte Nielsen was dran ist, das ist schon klar. Äh, ob an der Geschichte was dran ist? Na, ich sollte damals, also das paar Jahre hinher, da war Brigitte noch zusammen mit, äh, Stallone. Und, ähm... Und den hast du aus dem Schlappen gekickt, oder wie war das? Ja, nicht so, also, das war da am Krieseln, das wusste ich aber noch nicht. Und da waren wir in Los Angeles und Stallone hat uns eingeladen, weil er wollte, dass ich sie produziere. Naja, und da war sie sehr nett, so. Und dann hast du sie produziert? Wenn im Frühjahr, wenn im Frühjahr... Also, ich stehe natürlich auch so auf Japanerinnen oder so, die so ein bisschen devot sind und so. Du kennst das ja, wenn die kommen, Herr Buhlen, es ist eine große Ehre, ihnen ihren Tee reichen zu dürfen. Also, aber ich meine, A1 würde Nadel das nicht so gut finden. Und als... Das kann ich allerdings auch verstehen. In A2 müssen die eben von da oben hier immer ganz runterlaufen und sie es in Tee bringen und so. Also, das fände ich dann doch irgendwie so ein bisschen zu... So, ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja. Was Dieter Bohlens Ding ist... Da steht normalerweise Dieter Bohlen selber drin. Wer ist... Wie... Was ist das von... Wie heißt das Pferd hier? Sunny. Sunny. Das reite ich gleich. Oh, wir spielen nämlich gleich Winnetou und Old Shatterhand. Denn Dieter Bohlen hat jetzt ernsthaft vor, nächstes Jahr, nachdem man ihn das letztes Jahr schon angeboten hatte, den Old Shatterhand bei den Winnetou-Festspielen in Bad Segeberg zu spielen. Richtig, klar. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, dass eigentlich die Rolle des Sam Hawkins für dich besser angedacht wäre, aber ähm... Das werden wir ja gleich sehen. Dieter Bohlen wollte, du wolltest dir ja nicht die Blüsse geben und dein Toupet runterreißen. Das gehört ja zu der Rolle dann, ne? Das stimmt. Da ist immer Nadel drin. Das ist Nadel. Wie heißt du richtig? Nadja. Nadja. Und wie seid ihr auf Nadel gekommen? Hat Dieter das erfunden? Das hat Dieter erfunden. Ja? Ja, ja. Irgendwann hat er mal dann Nadel zu mir gesagt. Und seitdem heiße ich Nadel. Man hat ja manchmal ein bisschen so einen Eindruck, er sei so ein kleiner Macho. Ist aber nichts dran, ne? Ist aber nichts dran, ne, ne. Ne, ne. Hier gibt's also alles, was ein Pferd braucht, ja? Wenn die Pferde so ein bisschen scheu werden, ja? Dann gibt's so Augenklappen und solche Sachen, ja? Und so Ohrenstülper. Und wenn die Pferde ganz ruhig sind und erst scheu werden sollen, ja? Da gibt's hier so ein Gerät, ja? Das sieht so aus, ja? Ne? Dann ist direkt immer, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass die Pferde das nicht sehen. So. Gucken wir mal, was wir noch hier haben. You think love's a game. Love is an ocean. Endless ends. Oh. So, und dann gibt's noch was Wichtiges, ja? Dieter Bohlens Haarpracht muss natürlich immer gepflegt werden. Da gibt es diese beiden sehr handlichen Geräte, ja? Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Das ist dann also, dadurch liegt das dann auch immer sehr gut. Das macht man immer so. Hi, hi, hi. Ne? Gut. Das ist das andere wichtige Utensil im Stall von Dieter Bohlen. Ja, 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 ja. Ba, la, 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 la. La, 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 la. Man könnte meinen Volksmusik, das ist nicht so mein Ding. Der Schein, der trügt den lustig, werd ich erst, wenn ich so sing. Und wenn ich dann am Singen bin, dann wird mich kalt und heiß. Denn Volksmusik, das ist für mich der allergrößte. So, jetzt haben wir schon viel gesehen. Hier kommen wir nochmal zu dem Fuhrpark von Dieter Bohlen. Hier haben wir einen Wagen. Hier einen zweiten Wagen, ja? Und für Nadel, so zum Einkaufen, ein drittes Modell. Dieter, was ist das für ein Auto hier? Toyota. Wieso? Das Ding kostet zwei Mülle. Was kostet das? Zwei Mülle. Echt? Dafür ist es aber ziemlich schlecht festgemacht. Warum hast denn du keine Garagen, Dieter? Naja, das hat irgendwo, hat es dann aufgehört mit der Kohle, weißt du? Und dann, naja, du hast ja vorhin auch schon festgestellt, ich habe keinen Swimmingpool und so. Dieter hat keinen Swimmingpool. Also, bitte. Das warme Wasser ist abgestellt im Moment. Und, liebe Zuschauer, spendet euer Geld auf das unten eingeblendete Konto, ja? Dieter Bohlen in Not, ja? Und, ja genau, hier wird es eingeblendet, ja? Unser Spendenkonto hat die Telefonnummer 110. Da könnt ihr anrufen und für Dieter Spenden abgeben.